Wie geht's euch? Was macht ihr in Ferien? Ähm, noch haben wir nichts vor. Vielleicht wollen wir auch mal shoppen gehen, aber wir wissen ja nicht ganz genau. Was haltet ihr denn davon, wenn ihr nach Dienstladen zu mir kommt? Hier kann man prima shoppen. Hier gibt's eine Mall und eine ganz schöne Altstadt mit jeder Menge schönen Stores. Dann könntet ihr doch einfach nach Dienstladen kommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich auch noch ein bisschen Taschengeld für euch habe. Ja, gerne. Okay. Dann komm ich nicht. Dann kommt ihr morgen oder soll ich euch abholen kommen? Äh, ist mir egal. Na gut, dann bin ich um 11 Uhr bei euch. Okay. Bis morgen. Bis morgen, tschüssi. Wie? Wer war das? Das war meine Tante. Die, ähm, hat vorgeschrieben, dass wir morgen shoppen gehen. Wir wollten sowieso shoppen gehen. Ja, kann man machen. Fahren wir dahin oder holen sie uns raus? Ja, die holt uns ab. Komm, kommen wir dahin. Ja, komm. Komm, wir dahin. Halt und rein oder holen sie euch. Uff. Was ist das so? Ah! Ich bin der Weich. Die Portemonnaie ist im Weg. 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 Untertitelung des ZDF, 2020